Hallo und willkommen zurück zu The Evil Within. Ich will mal ein anderes Spiel sagen, weil ich das hier in Zeit aufgenommen habe. Aber wir sind bei The Evil Within und... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ja, der Doktor ist etwas... Ähm... Jetzt fehlt mir das Wort. Ungeduldig. Wegen seinem Patienten, der... Ja, keine Ahnung, was der eigentlich für ein Problem hat. Wir haben unsere Axt nicht mehr. Dafür nehme ich aber hier die Flasche. Von da sind wir gekommen, ne, oder? Ich habe hier überhaupt keinen Überblick. Oh. Ups. Nein! Oh. Shit, ich dachte, die Frau kann man vielleicht retten. Irgendwie ist das jetzt seltsam. Na, rangezoomt. Kann ich die irgendwie... Ne, die ist hinüber. Schade. Oh Mann, ich dachte... Ja, toll, aber die Frau kann ich nicht retten. Warum machen die das? Was ist hier los, Mann? Was habt ihr in der Klinik getrieben? Für kranken Scheiß. Hier ist ein Schwein. Das scheint... Ne, ich dachte, es ist weggerannt, aber ist es nicht. Ich glaube, hier waren wir schon drinnen. Also, ich weiß nicht. Ich werde nicht so cool drauf wie der Kastellanos. Oh. Nehme ich. Nehme ich alles mit. Hier hängt auch noch einer. Ah, wenn die sich jetzt noch bewegen würde, oder so. Das wäre dann auch ein bisschen viel für mich. Hier lang. Ja, ich kann recht... An recht vielen Stellen lang, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht. Hier kann ich drüber. Wir wissen doch gerne, wie ich die Türen schneller aufmache. Und ich wäre gern geschickter, was... Das Werft mit den Glasflaschen angeht. Ist hier was drin? Hier ist auch was drin. Ja. Ja, Munition. Ich verballere ja immer fast drei Kugeln an einem Typen. Mit einem Kopfschuss. Ja, wieder links. Ja, warte. Achso, wieder verstecken. Hier sind Bilder. Hm, okay. Er ist da runter. Ach, dumm. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Bin ich sogar richtig? Mit der hier runter stolpert. Oh, das sieht schon wieder unschön aus. Langer, ekliger Gang. Gut, hier geht's. Hm. Bin ich jetzt da lang oder bin ich nach links? Was ist denn hier so rot? Die Lampe etwa. Krass. Ich gucke erst mal hier nach links. Wobei ich fast befürchte... Nee. Oh, eine neue Waffe. Oder was? Nee, Schrotflintenmunition. Auch gut. Eine Kugel. Super. Das ist echt kein... Das Spiel ist echt nicht nett zu einem. Na gut. Gut. Trotzdem, die eine Kugel nehme ich. Besser als keine Kugel. Und hier wurde wieder gespeichert. Hier kommt dann bestimmt wieder irgendwas. Ach, das ist so eine Art Darkroom. Wobei es jetzt hier nicht allzu dunkel ist. Der Typ, ey. Wobei wir jetzt relativ viel Munition finden. Es hat gezuckt, aber es hängt auch ein bisschen in der Wand drin. Oh, das kann ich umschmeißen. Wie cool. Und was sind das hier für Fotos? Von wem? Von... Hm. Relativ unscharf. Und Gesichter sind auch nicht zu erkennen. Okay, also da der Mund. Und da die Augen, die Rosse... gemalt wurden. Oh. 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 Ja. Was ist gut. Hier ist was. Beruhige dich. Oh. Wo kommt der jetzt her? Oh. Der mich erschreckt, Mann. Etwas Schreckliches. Oh. Bleib ruhig. Was ist das für eine Scheiße? Wo ist denn der? Das finde ich nicht gut. Nein. Du musst keine Angst haben. Okay. Äh. Scheiße. Ja, unheimlich trifft es. Nein. Er hat mich erwischt. Das ist doch Mist. Beruhige dich. Scheiße. Ähm. Moment. Ich hab noch ne Spritzer. Nimm mal. Olden. Etwas Schreckliches. Ja, toll. Das... Ach, shit. Wie krieg ich denn raus, wo der ist? Du musst keine Angst haben. Errungenschaft und der Leichenberg wächst. Okay. Sind Sie vorbei? Sind Sie noch da draußen? Ja, ja. Ich bin noch da. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Hm. Da sehe ich was. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Ja, ich... Der lässt mich nicht. Kann nicht weg. Sicher, sicher. Äh, Moment, Moment, Moment. Kann ich hier keine Flasche mitnehmen? Scheiße. Das war ja mal ein Scheißgegner. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Oh, Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein. Nicht hinterher. Okay. Den treffe ich nicht. Naja. Scheine aber der einzige Weg zu sein. Also wenn... Ich würde gerade sagen, es scheint der einzige Weg zu sein, aber... Naja. Weil wie finde ich denn das? Oder muss ich da lang? Glaube ich nicht. Ich probiere es mal nochmal. Oha. Kontrollpunkt. Okay. Wo bin ich? Wie bin ich hergekommen? Was geht hier vor? Das ist ja eine sehr gute Frage. Na, kommst du nicht raus? Okay. Ich... Ich habe irgendwie ein ganz gutes Gefühl bei dem Ganzen. Da kommt bestimmt gleich irgendwas Fieses. Oh. Ja, eine Granate. Kann man alles was Fieses ansehen, ja. Boah, ist das eklig. Nein. Hä? Okay. Ich dachte, es explodiert, aber es hat uns gar nicht getroffen. Ich habe das doch so gesehen und dachte mir... Äh... Naja. Ist ja nichts passiert. Boah, ich will das nicht weiterspielen, ey. Mann, Leute. Was passiert hier? Ach, hier kommen Stacheln runter. Okay. Ähm... Okay, da kommen ganz überall ganz viele Stacheln runter. Hm. Ich habe da so ein Gefühl, dass da... ...einige Gegner auf uns zukommen könnten. Das ist wieder eine Bombe. Würde ich auch mal glatt lassen. Was? Schön. Ne, ne? Das wird jetzt nicht der Digger. Ne, es werden ganz viele. Das finde ich jetzt scheiße. Moment, Moment, Moment. Äh, scheiße. Das hält ja gar nicht richtig an. Boah, das ist ja gut war. Ja, komm, komm, komm. Du bist da erholt wieder. Was, wenn ich das mache. Aha. Na toll. So, ich will mal das probier... Äh. Ja. Sehr gut. Kann ich hier hoch? Und ich habe keinen erwischt. Schade. Und das nützt mir auch überhaupt nichts. Ich habe doch... Ich habe nicht so viel gebracht. Ach. Was du nicht sagst. Äh. Na, hier, dann. Boah, der hat ganz viel... Oh. Glas im... Okay, da hat es mich... umgehauen. Alter. Ja, jetzt mal wieder hier. Ich würde... Ich schleich mal. Nicht, dass ich irgendwas auslöse. Einfach in der Hoffnung... Achso, Moment. Habe ich das jetzt? Genau, auf die vier. So habe ich mir das gedacht. Hm. Ja, man könnte da hoch... und da wieder runter... oder andersrum. Und wieder ab in die Suppe. Ich weiß gar nicht, was mir das bringt. Dieser eine Schalter. Äh. Dass ich... Wo dann die Leiche runterkommt. Ah, die Suppe, die da rum... rumklebt. Ach, nee, Moment. Das... Ach, scheiße. Das ist der falsche Schalter. Das Wasser muss erstmal weg. Ich denke... Sonst wird das schlecht für mich. Ich kann doch nicht rennen im Wasser. Irgendwie habe ich mit was anderem gerechnet bei dem Spiel. Ich kann doch nicht rennen im Wasser. Wie lag der jetzt auf... Hier. Ach, nee, ist eine Granate auch. Der macht nichts. Können wir auch gebrauchen. Was soll denn das? Mhm. Hier. Was machte der hier? Ah ja, genau. Die Dinger. Vielleicht müsste ich eher hier hin. Versuchen, irgendwie hier hinzukommen. Und dann, äh... Die in die Stacheln reinlocken. Oder so. Und halt hier in die Bombe. Am liebsten würde ich selber noch ein paar Bomben irgendwo platzieren. Aber wir haben ja keine. Oh, jetzt warte mal da hinten. Nee, da war gar nichts. Doch, hier sind Teile. Oh. Und noch eine Falle. Und ich bräuchte eigentlich... Ich müsste mir eigentlich die... Die Heilenspritze gleich reinhauen. Scheiße, das war's schon. So fast. Gut. Sollen wir den schon mal los? Äh, das ist ja jetzt Mist. Nein, 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 nein. Und dann bin ich schon wieder tot. Oh man. 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 Untertitelung des ZDF, 2020